die hallo hallo ihr missgebotene hallo wer ist da hä wo ist Josef ich bin grad so mit Flo und im Game und der die zieht einfach so richtig kacken gebraucht wo ist der Junge Bordi Juli also ah ich hab recht ja weil ich Rücksicht auf dich nehme nicht hab ich es ausgemacht naja so ich werde meinen Channel umbenennen super für sechs Monate welchen Channel mein Nizip Channel also wenn man nicht einfach hört wegen der Spangen die ganze Zeit die Speichel mein Speichel so hoch und zwar wird der Hand of Butts heißen hä werdet für sechs Monate auf Hand of Butts um wir nennen was denn mein Yushu Kanal der aktuell Entei heißt ist das gerade den Scheiß Ernst zumindest so lange wie ich so scheiße klinge alter really ja dann wirst du aber ganz schön oft als so Faker und so hier bezeichnet äh hä warum irgendwie weiß ich ja noch der Dentsche achst du meinst Junge ich denk grad den Faker und du meinst einfach den Faker äh klar also ich meinte den den faker ja und du meintest den FFaker genau mhm ja ähm wen soll ich bannen? Kimmel? Malzaha please dieses Stück Aids nein dieses Stück Aids nein Malzaha geht wann Malz please nein Junge der hat Junge der hat äh unendlich viele Counter aber er countert der Sue halt übel aus und dieses komplexe Champion Design gibt mir so auf den Sack gut ich antworte mit genauso komplexem Champion wie sein alter hier bitteschön komplexer gehts nicht mehr ja Sue ist eben ist aber scheißegal nevermind N-N-D-M-V nevermind wer kennts nicht? mhm Perfekt es sei denn ich werde jetzt hartgekounterpickt ja ok du bist du bist mit hat unser Support grad die Scheiße weggepickt äh ja der Support wollte auch die mit Lebenskristall auf die Länge gekommen du hast auch nix gemacht du hast mir gesagt ist so ein Lebenskristall immer mit nehmen und drei Pots drei Pots eh zwei Pots sorry er hat mal 350 gekostet das war früher so aber wir muss mal schauen also im Rank spiel ich Xera das ersten Mal aber ich hab schon davor so 2-3 Mal gespielt aber generell Wart mal warum hast du gekneit? ähm weil ich full accro gehe du wirst niemals in die Nähe kommen um full accro zu gehen keine Ahnung der ist mir der ist mir der ist mir der ist die ja die steht 3-1 äh hast du getötet ja mit Karten aber mit Ranker oder? ja weil ich glaub nicht dass du's allein geschafft hättest du mal nicht zu sagen oha danke viel Hoffnung du mich immer hier hast ne na ich würd's glaub ich würd mal sagen schatz nicht allein aber ich guck auf dein SES und hab alle Hoffnung verloren aber was merkst du dich? es juckelt kei schatz macht du mal sch*** äh Riot Schämmchen die sie sagen aber du gehst im Moment fuck hier aber der Bangster Stack oh mein Gott da ist er wie schnell ist die? fickt euch ne surrendern lol ich bin weggekommen noob why da hätt ich gar nicht Lust warum surrendert ihr einfach ihr Lappen? so Leute äh hier nochmal ein kleiner Abspann sozusagen Abspann genau Facecam hat sich das auch nicht mal kribiert diese Scheiße hier ist jetzt für 6 Monate in meinem Mund und ja um das äh vielleicht hat man's in dem Video gemerkt ich habe kleinere Lispler und Ausspracheprobleme momentan deshalb wird es so ein kleines bisschen dauern bis ich das alles also ich kann momentan nichts mal was essen selbst die Suppe ist schwierig grad zu essen und deshalb dauert es so ein bisschen bis ich damit klarkomme bis dahin ich weiß nicht ob ich das wirklich umsetzen möchte dass ich meinen Kanal auf Hand of Boots um benenne vielleicht vielleicht auch nicht mal gucken wär eigentlich ein bisschen troll aber dafür ist mein Kanal irgendwie da das dazu so das tut jetzt wie gesagt 6 Monate dauern danach ist eigentlich hoffentlich wieder alles normal und ja ich hoffe euch hat's gefallen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal